Meine Bearded Friends, ich werde heute mit einem legendären Voting anfangen, was es einmal monatlich ab jetzt und für alle Zeit in Zukunft geben wird. Denn wir sind gemeinsam im letzten Livestream auf eine ziemlich geile Idee gekommen. Damit wird es nun monatlich ein Swapol Voting geben, wo ich drei meiner selbst ausgewählten Spiele vorstelle und ihr dürft entscheiden, welches dieser drei Spiele für den ganzen Monat gespielt wird. Und da ist selbstverständlich mindestens ein Release-Titel dabei, das heißt ein Spiel, was gerade frisch rauskommt für diesen Monat. Es könnten aber auch andere Spiele sein, die gerade im Hype sind, aber nicht unbedingt gestern erst rausgekommen sind oder morgen rauskommen werden. Und vielleicht wird es auch den einen oder anderen Klassiker geben, je nachdem wie viele geile Releases es für diesen Monat gibt. Damit wird es nun jeden Monat eine Ansage wie diese geben, dann werde ich euch einen Link geben, wie auch in dieser Ansage, wo ihr einmal unten in der Beschreibung sowie auch in den Kommentaren einmal abstimmen könnt. Über den Link natürlich, den ihr anklickt, welcher euch direkt zum Swapol Voting führt. Und wenig später, so nach drei bis fünf Tagen, werde ich die Ergebnisse dann in meiner Instagram-Story bekannt geben und auch, ob es einen Livestream dazu geben wird, mehrere Livestreams oder vielleicht Let's Play Reihen. Der Grund, warum ich das mache, ist denkbar einfach. Im letzten Video habe ich es, wie gesagt, auch angesprochen, ziemlich ausführlich. Ich möchte euch mehr Let's Plays, mehr Livestreams und alles, was mit Gaming zu tun hat, bieten können. Dann gibt es leider viel zu viele geile Games, die meistens jeden Monat rauskommen. Deswegen kann man sich das eigentlich gar nicht alles leisten, wenn man eben noch nicht Rich-Kid-Youtuber mit drei Milliarden aufrufen und Abonnenten ist. Und deshalb gibt es immer eine Auswahl aus drei Spielen. Ihr dürftet das aussuchen und ein Spiel gönne ich euch jeden Monat. Und diesen Monat könnt ihr zwischen den drei folgenden Spielen ausbegeln. Nummer 1 Shadows of the Colossus for PS4 Number 2 Dramatische Musik World for PS4 Get to your post now! No way Jetzt wird's abgestimmt, Link ist in der Beschreibung, Link ist in der Kommentarbox Lasst's Rob all brennen! Burn it down! Ach und bevor ich vergesse, ihr könnt natürlich trotzdem in den Kommentaren unter diesen Voting Ankündigungsvideos posten, was für Spiele ihr euch trotzdem wünschen würdet, auch wenn die nicht in der Liste wären. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal!